Ich bin halt nicht mehr... Da hinten ist er, da hinten ist er. 15? Jo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Baro. Heute Folge, guck mal einfach welche Folge wir jetzt sind, schreib mal einfach 15 oder 16. Äh, 16 sind wir, okay, schon 16. Okay, schon Folge 16. Wir haben heute Dienstag, in zwei Tagen soll das Projekt enden und wir wollen so viel farmen, wie es nur geht jetzt noch, damit wir bei der Massenaufnahme dann, die wir in eine Folge schneiden müssen, ordentlich abschneiden können. Und wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, go. Habe ich immer noch einen Shader drin? Habe ich einen? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich bin drauf. Aber wir haben wieder zwei Strikes. Oh, okay. Da hinten liegt noch Fleisch. Wir haben zwei Strikes, warum das denn? Hä? Ach, du hast schon zwei Strikes. Ähm, hier, ähm... Steht bei dir das zwei Strikes, oder was? King and God, äh, die join uns nach. Der eine, der uns, ähm... Ja? Snipen will, ja, er hat direkt, äh, geschrieben, dass er aufnimmt. Ja. Folge 18 schon. Äh, dann nehmen wir das ganze Fleisch hier mit. Nennen wir das ganze Fleisch hier mit. Ja, 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 warte, 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 hier ist auch noch Leder, hier ist Leder, hier ist Leder. Ja, ja, ich hab fünf Leder, ich hab, äh, 50 Leder. Okay. Oh, werden wir jetzt gesniped? Komm, komm doch jetzt einfach. Ja, 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 ja. Da, nimm Leder mit. Okay. Ähm, ja. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Navex join uns direkt nach. Ich mach mal meine Minecraft-Sounds ein bisschen leiser. Also eigentlich müssten wir ihn doch klatschen können, oder? Nein. Meinst du nicht? Der ist Bulldia mit seinem Maid. Ach so, er hat auch noch ein Maid. Ja. Ich mein, Anina weckt das auch Solo. Ja, da mein ich doch. Dann können wir, könnten wir ihn noch theoretisch... Oh, der will mich auf jeden Fall targetten, also... Ja, warte, ganz kurz, da ist er schon, ne? Ich muss ganz kurz OBS wieder aufmachen, weil ich sonst... Ich halte mal eben im Herz. Hallo. So, ich muss ganz kurz was essen. Ah, es leckt ein bisschen. Äh, nein, es leckt, warum auch immer. Äh, da ist ein Baby-Zombie. Nein. Oh, da ist ein Spider-Jockey. Mann, Junge, verpiss dich doch einfach und du dich auch, Mann. Los. Ich hab heute eine etwas aggressivere Laune. Ich weiß nicht, ob ihr das schon bemerkt habt, aber ich bin heute aggressiver. Ach, wegen mir noch, oder? Ja, wegen du und so. Nein, ähm. Mann, warum hattest du denn gerade... Ich hab so eine Mikro-Budler, wie du letztes. Ja, ja, das geht gleich weg. Ja? Okay. Scheiße, Ende der Folge hängt sich auf und wir kriegen nochmal, ähm... Oh mein Gott, der Creeper. Wie viele Äpfel hast du? Elf. Du? Ja, man hat sich schon zwei Creeper explodieren lassen. Was ist das denn heute? Äh, wir wollten Richtung Mitte gehen, ne? Äh, wollten wir das? Niemals 2x2. Oder was hat er geschrieben? Er hat 13 Kills? Er hat 13 Kills? Er hat 13... Genau, Alter. Ne, ich hab keinen Bock gegen den zu fighten. Doch, doch, warte, lass gucken, ob wir heute spawnen kommen. Lass gucken, ob wir spawnen kommen. Warum, Alter? Willst du jetzt ernsthaft gegen den fighten? Ja, komm. Der ist besser ausgerüstet. Ja, wir sind aber zu zweit und haben Äpfel. Komm, wir können das schaffen. Komm. Spawn. Warte denn das. Spawn, spawn. Hast du die Koordinaten vom Spawn noch? Ja, irgendwas mit Minus... Minus 1200. Komm mit. Minus, ich geh auch diesmal in die richtige Richtung. Er wird uns nie auseinandernehmen. Ich weiß ganz genau, dass er uns auseinandernehmen wird. Warum gehen wir denn da hin? Damit das Projekt spannend wird. Wir müssen jetzt was liefern. Komm. Nee, dann musst du mir erstmal Essen geben. Ich hab kein Essen selbst hier. Wow. Nein, dann warte, lass doch ganz kurz Öfen aufstellen. Die hast du wahrscheinlich gar nicht mitgenommen, wa? Äh, doch, ich hab 10 Öfen dabei. Aber jetzt komm. Nein, stell auf, Mann. Ich hab das erste Spawn. Nein. Junge, wenn wir uns retten können, dann können wir nicht weglaufen. Das ist doch behindert. Junge, ich hab... Warte, hier. Ich hab hier noch zwei Steak. Komm. Ja, danke. Komm jetzt. Ja, Mann, chill. So, Richtung minus 1000. Das ist hier weiter. War hier nicht auch der... Ah, nee, nee, nee. Ich glaub, ich weiß wo. Aha. Okay. Hier war doch... Hier. Ja, toll, jetzt bellt der Hund. Willst du mich verarschen? Armahita! Armahita, Mama Sita. Das ist ja ganz toll. Boah, find ich auch. Guck mal, wir müssen hier lang. Frag mal, ob er schon da ist. Ja, er ist am Spawn. Warum? Hat er gerade geschrieben. Komm, eh nicht. Oder was? Er hat davor geschrieben, dass er am Spawn ist. So, ja, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Da hinten bist du. Okay, warte, warte, warte. Weiß wo. Och, ne, Alter. Ich hab aber keinen Bock, dass wir jetzt raus sind. Obwohl, dann hätte ich aber mehr Zeit wieder für mein Projekt. Ja, eben. Meine Projekte. Dann war das ein schönes Ende auch. Ja. Und da das Projekt eh Donnerstag vorbei ist, ist... Äh, wir sind in den... Sind wir in den Top 5 oder... Top 10? Ja, ich glaub hier in den Top 5. Okay. Guck mal, hier muss irgendwo der Kürbis wieder sein. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, da vorne war die Kürbisse. Nein, hier vorne. Ja, ich hab die Kürbisse doch gesehen. Nein, 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 diese Melone. Die sich dann als Zombie herausstellte. Ah ja, der ist auf jeden Fall noch hier. Den hatte ich gekillt. Oh Gott, ich hab Schiss. Müssen wir hier überhaupt hin? Ja. Ich hab echt Schiss. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich auch, aber... Ey. Komm, scheiß drauf, Alter. Wir haben noch 10 Minuten, komm. Ja, leg mich. Ach nein. Bist du auch so ultra angespannt? Und vor allen Dingen, ich hab hier wieder keine Klicks, ne? Keine Klicks auf dein YouTube-Video? Das so oder so, nicht. Komm, komm, komm. Ja, ja, hier haben wir den Kill. Hier waren wir, als wir den Kill gemacht haben, ne? Nein. Ja. Ja, hier. Alter, guck mal, wie das gewachsen ist. Alter. Alles klar, komm, ich weiß, wo. Komm, ich geh wohin an dir. Ja, ich weiß, wo, ich weiß, wo. Ich hab... Da vorne, ne? Wann seid ihr circa da? Äh, gleich. Du? Oh, fuck. Fuck. Was denn? Ich bin angespannt. Hä? Dann sei nicht angespannt. Ist der Spawn jetzt da vorne oder nicht? Ja, komm, ich weiß, wo der ist. Hä? Wo bist du? Hier hinten. Auf dem Berg da. Warte, warte, warte. Da hinten. Hier. Hier, hier, hier. Äh, dreh dich hier. Doch, da, ja, warte, ich komme. Du musst ein bisschen Backbord. Ich brauche Essen. Ja, ich hab nur noch ein Steak. Ja, dann stell schnell die Öfen auf. Nein, nein, komm, 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 komm. Nein, komm, ich hab auch kaum noch Essen. Dann machen wir jetzt aber Speed. Ja, 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 komm. So. Einfach so zehn Öfen. Ja, komm, so viel brauchen wir nicht. Ich hab kein Fleisch. Ja, ja, warte, warte, warte. So. Jetzt warte, ich tue nicht Cola rein. Okay, auch gut. Warte, teil das mal mehr auf. Teil das mal mehr auf. So. Die zwei hier sind schon fertig. Ich nehm das Schweinefleisch mit. Dafür hab ich einen Inventarslot. Ja. Danke, dass du's nimmst. Was für ein Schweinefleisch? Wie du alles Schweinefleisch klaust. Ist das das Bistek? Ich dachte, du bist türkisch. Nein. Das ist dieses hier brauche. Ich hab das auf Spanisch gestellt, immer noch. Ja, als ob du nicht weißt, wie Schweinefleisch aussieht, Mann. Doch. Das hast du doch alles außer eins. Das heißt, Cerdococido. Ja, da vorne wird's sein. Ja, nimm dir auch die Öfen mit. Ist doch egal. Stell mal vor, wie gewinn jetzt. Damit du mich schneller wegbauen kannst. Äh, nee. Hier, warte, ich hab zwei Stacks dabei, okay. Okay. Äh, wolle bräunig. Komm. Warte, warte, warte. Gib mir Pfeile, gib mir Pfeile. Inventarslot, ich hab, wie viel hast du? Hier sind nochmal drei. Ja, drei. Jetzt hab ich sieben. Hä? Hast du keine Pfeile eingesammelt? Nein. Ich hab die immer alle gegeben. Jetzt hab ich 23. Nice, danke. Komm, komm, komm. Quatsch, stopp. Okay. Ja, 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 reicht, reicht, reicht. Wie viele hast du denn, Mann? Ich hab noch 42. Okay, ich hab 39. Hier rüber. Oh, jetzt werd ich aber auch schon ein Angespannter. Ja. Du musst einfach was zu denken, weißt du? Du musst es einfach mit Humor und locker nehmen, ja? Guck mal. Es wird alles schön. Das Wetter ist schön. Die Sonne ist schön, auch wenn sie grad nicht hier... Ich hab sogar noch meinen Heiltrank. Ja, nimm deinen Slot. Hab ich, hab ich, hab ich. Hast du deine Enderperlen, Enderperlen? Ich hab beide Enderperlen auch, ja. Okay. Okay. Dann sind wir jetzt auch schon hier. Und wie ich einfach mein Herz schlagführe, Alter, das ist doch nicht mehr normal. Ja, ich brauch's so. Boom, boom. Boom, boom, boom. Hä, wo ist das Born? Hier vorne, hier, hier, hier. Schreib mal, wir sind da. Wo, wo ist er jetzt? Hab ich genügend FPS? Ja, 300 müssen reichen. Ähm. Lass. Warum? Weil ich wissen will, was er für Equip hat. Ernsthaft? Ich bin halt nicht mal so... Da hinten ist er, da hinten ist er. Oh, oh. Alter, der Junge, er ist richtig krass Equip. Ich weiß. Ich weiß. Oh, Mann. Oh, nö. Er ist nicht Enchanted, glaub ich, oder? Oh, doch, so sieht Enchanted aus. Doch, 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 doch. Sagt er nicht, das will er nicht sagen. Er, Mann, Junge, er ist doch viel zu krass. Ami, halt Maul. Er ist doch viel zu krass. Ami, halt Maul. Er feuert uns an, Alter. War für Spam gesperrt. Was? Was? Scheiße. Alles klar. Schmäh. Aber er hat nur ein Eisenschwert. Und er ist auch schon ein bisschen kaputt. Schärfe 5, Eisenschwert haben. Oh, so 2, Helm, 2, Schuhe, 3. Ey, komm, den kriegen wir eigentlich, oder? Meinst du? Ja, ich weiß halt nicht. Aber lass doch einfach drauf, okay? Warte, warte. Ich will erst gucken. Ami. Ich habe einen von 3. Ami. Okay, der Hund feuert uns an, ja? Wir müssen einfach dran glauben, sogar selbst der Hund glaubt dran. Ich muss mal kurz runter zu meinem Hund gehen. Nein, nicht dein Ernst. Ich muss kurz runter. Ja, okay, aber renn ganz schnell, ja, Adrian? Was ist das denn, Alter? Ich weiß nicht. Alles weg. Das läuft ja schon mal ganz gut hier. Ich schreibe hier mal ganz kurz. Er muss zum Hund. Ja, zücker so 1 bis 2. Min, ähm, er denkt einfach an, ah, fuck, an uns. So. Willst du, äh, nein, noch, na, warte, screen. Okay. Okay, ich bin wieder da. Ich habe ihn kurz die Sachlage so ein bisschen erklärt. Ähm, und er hat eben auch schon screen gemacht. Ähm, äh, äh, ich bin so auf Adrenalin, ne? Warte eben. Gucken, kann ich gut spielen. Soll ich runterziehen? Drei. Äh, ja, ja, drei. Zwei. Eins. Eins. Go. Let's go! Go. Gap, gap, gap. Gap, gap, gap. Ja, ich, ich, schon. Achtung, 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 Achtung. Da, da, da. Sammle auch seine Pfeile ein, direkt. Nahkampf, nahkampf. Kein und nicht. Okay. Er macht mit seinem Bogen keinen Schaden. Ich habe, ich habe nur ein Herzspunkt. Ich habe, okay, zwei Herzen, zwei Herzen. Okay, okay, okay. Er kommt da, er kommt da. Junge, das ist doch nicht nochmal. Ich glaube, er hat gerade Gap gezogen. Er hat Gap gezogen, er hat Gap gezogen. Nein, 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 hilf, 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 hilf. Ich komme, ich komme. Oh, jetzt übel viel. Komm, komm, mal schnell rauf, auf, komm, mal. Ich stehe im Gap. Ja, ja, ich, ich gehe auch Gap. Ich gehe auch Gap. Ja, 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 komm, schnell rauf, 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 rauf. Komm, nein, nein, nein. Geht's, geht's, geht's. Nein, ist das nicht. Ja, ja. Ich werde sterben, ich werde sterben. Nein, nein, nein. Das ist direkt. Ja, ja, ja. Renn weg, renn weg, komm weg. Ja, ja, ja. Oh, zwei Herzen. Nein, nein, nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss ganz kurz warten. Ich kriege, ich kriege, Mann. Nein, 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 nein. Renn, 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 renn. Nein, scheiße. Oh, Junge, nein. Soll ich mich wegfärlen? Soll ich mich wegfärlen? Nein, nein, fär ich nicht weg. Nicht wegfärlen, aber der ist noch besser als ich. Ich habe noch sechs Herzen. Nein, 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 nein. Ja, Junge, jetzt mich auch down. Scheiße. Oh nein, das ist doch nicht normal. Okay, schade, schade. Och, nö, wahrscheinlich, Alter. Trotzdem, es war ein nices Projekt, Leute. Ein bisschen schade, dass wir jetzt halt an dem gestorben sind, der mich erst beleidigt und dann sagt, dass er mich tot targett, aber trotzdem GG an ihn. Er hat gut gespielt. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen zu adrenalinisch gespielt. Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn euch das gefallen hat. Lasst direkt ein Like da, schaut beim Adran vorbei und ansonsten haut rein bis zum nächsten Mal. Und tschö.